Hallo, wir spielen heute wieder The Crew, ja, und mir wurde gesagt, ähm, von ein paar Kumpels, dass die Folgen zu lange sind und deswegen machen wir das ab jetzt immer so, wir spielen Missionen und wenn wir irgendwie wichtige Sachen machen, kommt das im Video vor, ansonsten, wie ich so zu den Levels fahre oder sowas, das wird alles rausgecuttet, damit wird das Video dann halt eben nicht mehr eine halbe Stunde, sondern vielleicht nur so 20 oder eine Viertelstunde lang werden. Ich hoffe, das ist für euch okay und wir spielen jetzt halt eben mal weiter und hoffen mal oder glaube ich zumindest, dass die Roxanne uns nochmal was erzählen wird. Okay, Five Tens, heute verdienen wir ein bisschen Geld. Fahr zum Übergabepunkt. Ja, mal wieder so eine Crew-Sache. Wir müssen hier mal wieder natürlich Erster werden, weil der Anführer muss natürlich immer Erster bleiben, sonst ist hier eine Crew natürlich nicht so krass dabei. Aber so wie es aussieht, machen wir uns mit unserer Crew hier ziemlich breit. Das ist eine schöne Abkürzung. Naja, anscheinend ist die Roxanne da eigentlich ganz gut drüber gekommen über den Tod von ihrer Schwester. Naja, müssen wir mal gucken. Die Gruppe legt ein gutes Tempo vor, Alex. Haltet es und ihr liefert pünktlich ab. Rox, deine Schwester. Möchtest du darüber reden? Was soll ich sagen? Als ich sie nicht finden konnte. Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmt. Aber zu wissen, dass sie tot ist, ist es so unwirklich, weißt du? Ich weiß es. Tja, der Anführer ist natürlich wieder hier ganz vorne, aber sie sind auch relativ weit hin. Also müssen wir uns bitte keine Sorgen machen, dass da jemand besser wird als hier. Und einmal durch das Tor der Götter durchfahren. Erinnert mich irgendwie so an so, ähm... Wenn du Schiff findest, was machst du dann? Ihn zahlen lassen, für die Daten und für deine Schwester. Und das ist der beste Weg? Dir einen Namen machen, Tattoos holen, bis du ihm nahe bist? Ist es. Dann werde ich dir helfen, wo ich kann. Du nährst dich dem Treffpunkt. Der Kurier ist... ungewöhnlich. Wird dir gefallen. Okay, also wir haben Roxanne dabei. War aber... Hätte ich jetzt aber auch erwartet, weil sie hat ja dieselbe Story im Endeffekt wie wir. Naja, auf jeden Fall würde ich uns helfen, ein Schiffplatz zu machen. Da wollen wir dann mal hoffen, dass wir das dann halt eben auch hinkriegen. Du bist fast da, Alex. Halt die Augen offen. Ganz easy. Oh, sehr schön. Oh. Sehr, sehr schön mal Gold abgestaubt. Oh, das war jetzt auch nicht so... Das ist wirklich schwerer Level. Ah, dann zieht sich einer das an. Die Heißlochballons-Dealer. Ja. Okay, wenn wir Schiff wollen, brauchen wir Coburn, oder? Ich habe Zoes Daten ausgewertet. In Nevada geht irgendetwas Seltsames in Sachen Coburn vor. Da ist ein Muster. Irgendwas. Was? Weiß nicht. Noch nicht. Aber vielleicht eine Spur. Wenn ich etwas rausfinde, melde ich mich. Bleib du bei deinen Schmuggeltouren. Okay. Und hier wird dann, glaube ich, auch schon der erste Cut kommen. Ganz genau. Also, wir sehen uns dann gleich. Also, das hier können wir ja natürlich schon mal nicht spielen. Das hier können wir aber spielen. Also, wir sehen uns dann wieder, ne? Also, bis gleich. Alex, ich habe eine Spur zu Coburn. Er hat einen Offroader eingestellt. Ich habe seine Position. Ich fahre hin und sehe es mir an. Nun, der scheint nicht begeistert, mich zu sehen. Ich mache noch einen Background-Check. Zum Teufel mit dem Detektiv-Scheiß. Ich werde ihn einfach tragen. Hast du einen Plan? Ich stecke ihn lahm. Lass Zoe ihn einsammeln. Das ist dein Plan. Okay. Dann schalten wir den Typen von Coburn aus. Ja, und wir werden es jetzt immer so machen, dass wir pro Folge immer, ich sag mal, drei Missionen spielen. Und dann machen wir die Folge zu Ende, weil dann sind das nicht mehr so die krass langen Folgen. Weil eine halbe Stunde ist schon echt. Ich habe den Wagen überprüft. Die Polizei hat ihn bei der Jagd auf die 5-10 beschlagnahmt. Und ist der daran gekommen? Irgendwie über Coburn. Vorsicht, du verlierst ihn. Ja, alles locker. Mach weiter Druck. Den kleinen Halluk-Muhl-Nunz. Bleib dran, Alex! Jetzt dräng ihn ab! Ach, komm. Alex, der fährt dir davon. Ja, der fährt nicht schlecht. Na, warte, Böschlein, ey. Bleib doch bitte endlich stehen. So. Hammer dich. Du kleine Sau, ey. Sehr schön. Lass den Typ von Zoe in Empfang nehmen. Mal sehen, was die aus ihm rausholt. Mach ich. Sehr schön. So, das hätten wir. Dann hätten wir jetzt hier noch eine Mission. Für was ist denn das? Schwer für... Welches Fahrzeug ist denn das? Performance-Wagen. Okay. Das heißt, wir werden unseren Performance-Wagen aufrüsten. Das mache ich jetzt wieder auch offline. Das heißt, wir sehen uns gleich. Und zwar... Okay, da sind wir wieder. Und zwar bei der nächsten Mission. Ich habe noch schnell dein Performance-Wagen hochgelevelt. Und deswegen, es geht weiter. Alex, ich habe noch einen Schmuggelauftrag für dich. Enge Deadline, viel Kohle. Okay. Hast du das Paket? Ja, bin unterwegs. Okay. Du musst Gas geben. Das ist eine schnelle Strecke, Alex. Tritt drauf. Okay. Eine ziemlich schnelle Strecke. Meine Güte. Falls es noch keiner bemerkt hat, durch das neue Update, also diese Erweiterung, gibt es jetzt, wenn man offline, Quatsch, nicht offline, sondern beim freien Fahren fährt, kriegt man dann durch ein paar Dinge, die man macht, kriegt man dann XP. Quasi ist dann links unten eine Anzeige. Ich weise dann mal darauf hin, wenn das dann mal passiert. Und dann können wir mal sehen, was das halt eben alles hier auch noch zusätzlich gebracht hat. Also es sind ja nicht nur die Fahrzeuge, die sich durch diese Erweiterung verändert haben, also dass es mehr davon gibt, sondern halt auch dieses mit der XP-Leiste, beziehungsweise da kriegt man einfach mehr Kohle. immer schön enge Kurven geben. Aber ich glaube, für diesen Auftrag kriegen wir wieder richtig Kohle. Und ich habe leider immer noch nicht rausgekriegt, ob man jetzt sein Auto lackieren kann, weil ich wollte ja eine andere Farbe, vielleicht kommt das aber noch, dass man das mit höherem XP, mit einer höheren Erfahrungsstufe, das vielleicht machen kann, aber im Moment geht es halt nicht anscheinend. Weil nur gut gesagt, dass man das auf jeden Fall machen kann. Also Gold wird das hier jetzt nicht mehr. Scheiße. Ja, zielgerade. Zack. Auf jeden Fall noch rechtzeitig abgeliefert. Leider kein Gold mehr. Ich habe es abgelaufen. Das war... knapp. Gute Arbeit. Bei der Kohle, die wir machen, bist du sicher schon auf Schussradar. Okay, Kleiner. Ich weiß nicht, was du spielst, aber du bist am Arsch. Äh, was? Jemand, auf den deine Beschreibung passt, hat einen meiner Partner in der Gitter gebracht. Du bist offenbar nicht der, für den du dich ausgibst. Unser Deal ist tot. Du bist tot. Roxanne, leg den Zahn zu. Coburn ist hinter mir her. Wir sind alle in Gefahr. Bin dabei. Ich koordiniere das mit Zoe. Okay, also ich schätze mal, es ist bald vorbei mit Coburn. Aber da das hier jetzt eine relativ noch, ich sag mal, kurze Mission ist, werden wir noch eine machen. Schätze ich mal. Deswegen rüste ich nochmal kurz unser eigenes Fahrzeug auf und dann sehen wir uns gleich. Sie sind für die Rennstrecke gebaut und erfordern höchstes Können und Kaltblütigkeit. Rennwagen sind ziemlich empfindlich, aber unglaublich schnell. Also ich hab hier nochmal kurz einen kleinen Cut. Ihr habt ja jetzt gesehen, wir haben Rennwagen freigeschaltet, weil wir jetzt Level 40 sind. Wir werden uns später in der nächsten Folge, weil wir schaffen das jetzt nicht mehr noch, einen Rennwagen und so zu holen, werden wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge dann noch einen Rennwagen holen. Aber jetzt sehen wir uns gleich ja nochmal beim Level. Also, tschüssi. Okay, Leute, da sind wir an dieser Mission im Schnee. Ich hoffe, das hat nichts, wirkt sich nicht auf die Steuerung aus. Auf jeden Fall werden wir es jetzt spielen. Ein großer Auftritt heute, Alex. Pack das und du bist Schiff einen Schritt näher. Also kein Stress. Okay, Jungs, gebt alles. Los geht's. ... Holy shit. ... ... ... ... ... ... ... Es ist extrem rutschig, also niemals bei Schneefahren, Kinder. Niemals bei Schneefahren. Ah, scheiße. Scheiße, ja, ist schon klar. Aber es ist extremst schwer. Das Reh hat aber Glück gehabt. Komm schon. Komm schon. Nein, als ob. Oh nein. No skates. Oh nein. Oh nein. Das ist leider leichter gesagt als getan. Ja schon klar. Ich will hier aber auch gut in der Zeit liegen. Im Moment sehe ich da schwarz. Ach, komm, komm, komm. So. 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 So, und wenn ich da vorne beim Berg nochmal hier abkratze, dann kriege ich einen leichten Hals. So. So, jetzt dieser Berg. Den muss ich überstehen. Vergiss es. So. 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 das knapp stufe 41 aber gold finde ich sehr nice mann 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 fortfahren du hast es geschafft klasse alex schiff sollte dich bald bemerken ja leute das wäre es dann auch mal mit dieser folge also wirklich anstrengende folge die polizeisperre in den mountain states das war coburn er verkauft die beschlagnahmte ware wenn wir ihn damit in verbindung bringen hat so alles was sie braucht gute arbeit gut also noch mal das wäre es dann halt eben mit dieser folge von der crew wir sehen uns beim nächsten mal und schauen uns dann ob wir coburn hinter gitter bringen können also bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal